So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Ich hab mal kurz Pause gemacht, ihr habt, weil ich war nur auf Toilette. Die Schuhe am Drück haben wir untersucht. Gut, jetzt hier haben wir nur noch hier hoch hin. Vielleicht komme ich da in den Schuppen auch rein. Aber hier ist mal nur ein Spaten, ist da vielleicht auch was? Ja, da ist nix, okay. Ach, ein Baum. Ich dachte schon, was steht da für ein komischer Kanickel? Der kommt nicht rein, noch nicht. Mr. Holmes. Vielleicht hier nochmal anquatschen auf den komischen Gärtner. So. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be. That he hadn't smoked in a very long time. Your husband's private papers. Do you know where they are? There is a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Thank you, madam. Okay. Kann ich hier vielleicht ein Seekchen oder was? Nee, hier ist nix. Vielleicht hier oben noch irgendwas? Tatsächlich war jetzt gerade aber nötig wie ein Bauchkrummeln. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Achso, mit L2-Kaliboran. Die will ich jetzt verwenden. Da steht da. Verwenden. Da steht da. Das ist die irgendwie. Okay. Ah, okay. Die passen nicht. Die sind viel zu klein. Okay. Sagt Watson dazu. Ja, ich bin eigentlich fertig, weil ich kann hier nichts mehr finden. Vielleicht noch irgendwo was. Vielleicht was verrüttelt. Nee. Kann ich hier vielleicht aufmachen? Nee. Okay. Dann, dann wollen wir mal los. Mal gucken, wo wir noch was finden. Ich muss das nur zu Ende bringen. Was muss er denn zu Ende bringen? Ich will den Typen anquatschen. Der lässt sich nicht anquatschen. Ich will die Tussi noch mal anquatschen. Vielleicht verrät sie sich ja. Weil jetzt weiß ich ja, dass die Schuhe... Who could do such a thing? Nicht passen. Können wir mal hier hinschauen? Vielleicht jetzt. Nee, hier kann ich immer noch nicht hinschauen. Mr. Holmes? Mit demf? Muss ich vielleicht noch mal hier rinnen? Muss ich vielleicht noch mal zu finden? Old navigation instruments. Nothing interesting. Nur navigationzeug. Sagt er mir nischt weiter ein. Harpoons. For hunting. Hm. The ship's logs of the sea unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her Captain. Da war der Captain Kirk auch untersucht. Oh. Auf den Tisch. Hab ich da aber auch schon untersucht, oder? Ja. Oh, die Pulle, die hat noch nicht untersucht. It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his dad. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Achso, da unten. Der Weapon hat den Körper komplett verletzten. Der Druck von der Blöcke war enorm. Der Weapon hat den Körper komplett verletzten. Peter Carey war impaliert zu der Wand von einem Wailing Harpoon. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Oh, what have we already found? Notebook, ok. These abbreviations mean something, but what? This blood is from the pool underneath the dead body. This wooden handle is plain and solid. Peter Carey tried to defend himself with his knife, but he did not succeed. Mhm. Jetzt haben wir den untersucht. Ok, is he not yet? Ne, is this not yet. Dreieck. Aha. So, Peter Carey. Kein Gärtner. Einbruchsversuche waren auch. Rauch. Rauch nicht. Kein Gärtner. Notizbuch. Na, come on. Notizbuch. Rauch nicht. Hier oben noch. Aha. Sie haben noch nichts... ...interlegt. Ok. Hinweise. So. Notizbuch. Peter Carey rauchte nicht. So. Erstmal haben wir ein Notizbuch gefunden. Und dann. Hm. Viele... Viele... ...ne Blechküste, genau. ... ... Auf die Lauerlinge heute gibt es noch eine Lauerlinge, um zu sehen, ob Einreicher wiederkommt. Okay. Gut, Herr Owens, was denkst du? Ich denke, wir sind glücklich. Und warum ist das? Because of last night's attempted break-in. Oof. You've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why return tonight, when they will be better prepared? Aha. So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Hm, jetzt ist der Zeug jetzt. Aber wo lege ich mich auf der Lauer? Muss ich vielleicht noch mal zu der Witwe hoch? Who could do such a thing? My poor husband. Hm. I cannot leave yet. I am not finished here. This looks like the perfect hiding place. Ha! Cool, bin ich nicht gut. Boah, ich habe gerade noch dazu gelesen, was hierbesistine jetzt übrigens sapι navy hinweist. ... Also wenn das Cretan hat, hier ... ... Ich muss es jetzt schon denken. Opa hinweist eine wichtige Handlung. Mm. Also ich habe jetzt gerade mal da gelesen, was da stand, falls ihr euch jetzt gewundert habt. Shhh, did you hear that? There's someone there, I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there! Hm? Achso, ich will wieder laufen. Mr. Holmes, come and see what we've caught in our net. Mr. Holmes? Boah, ich kann auch nicht mal schnell sein, der ist so schön. Alright, mein verehrter Freund, who are you and what are you doing here? You're Detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey? I assure you, I'm innocent. Innocent? Then what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here, waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I... I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but... but I... yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow... I'll see that you'll put in front of the judge. What? But you can't. I'm not... It's a terrible mistake. Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same. I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. I'll see you tomorrow morning. Mm-hmm. Frischlahfkruise. What the hell is that? Schaut euch da mal bitte das Licht an, wie das darin fällt. Also rechts, meine ich. Also da. Und da unten. Die sind ja im Raum. Und fliegt da, was ist das? Mr. Hohm. Die Unterlagen und die verwaschenden Wörtern, wie das sieht so richtig geil aus. These are the suspect's belongings. Mm-hmm. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. These abbreviations mean something, but what? These abbreviations mean something, but what? And partner, 1883. A handkerchief with the initials J.H.M. A pocketknife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. Hmm. Locked. Locked. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know. I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh, no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Mm-hmm. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm, 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 mm-hmm. Mm-hmm, 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 mm-hmm. Fehlt noch was kurzer Ärmel. Ich will das nicht überspringen. Ich will das machen. Flicken haben wir schon. Ich hab da... Ich hab da eher das Gefühl, dass hier was ist. Mist. Da... Knopf. Okay. Well, I will see you soon, young man. Please let me... Einbruchversuch. Schnell gehandelt. Bitte, Carrie, raucht nicht. Fehlende Blacklist. Einbruchsversuch. Das war's. Der Einbruchsversuch fand statt, um das Notizbuch wiederzuholen, das im Blut des Opfers lag. Das könnte bedeuten, dass die Person ein unternommen hat, auch den gesuchten Mörder ist. Aha, okay. Was haben wir noch, was falsch gemacht? Ach so. Kein Gärtner. Aufgespießt an der Wand. I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. What am I doing here? I've done nothing wrong. What am I doing here? I've done nothing wrong. I've done nothing wrong. Mr. Holmes? Then? Locked. Mr. Holmes? Then? Locked. Dann? Mr. Holmes? At your service, Mr. Holmes. Mr. Holmes? das ist nicht der bäcker street Mal gucken, ob Watson da ist. Vielleicht sagt mir Watson ja irgendwas. Oder war das vielleicht doch falsch? Hätte ich vielleicht doch noch mal zum Garten zurückgehen sollen? A map of London and the surrounding area it could Jetzt kombinierter. If that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man? Morphologically, I mean. Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's Cabin should do quite nicely. Brave, Toby. The best known... I need to take a harpoon with me. I need to take a harpoon with me. I need to take a harpoon with me. ... ... ... Was ist das? Das sollte es tun. Jetzt bin ich bereit für den Experiment. Also zum Einstieg ist das echt gut. So, ich denke mal die Fälle wären dann auch noch schwerer. Ah, so, okay. 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 Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Okay. Okay. Also, we'll get it. Jetzt wollen wir den Angriff nehmen. Ach, Atem kann ich auch anhalten. Mist. Astonish. Ich will sie es nicht überspringen. Ich will sie es machen. Jetzt aber. Immer noch nicht. Ups. Holmes, du solltest du besser aimieren. Und du kannst du so schwer wie du kannst. Jetzt aber. Ja, ja, wir lassen uns jetzt weg. Okay, aber bevor wir gehen, ich glaube, dass ich alle diese Carcassen haben, die du sehr vermagst. Sehr gut, aber bitte, bitte. Natürlich. das hat schon dachte kann man was machen dann ab zum scotland hat dann muss ich den jetzt wieder zur rede stellen was der mir das im scheiß gesagt hat und sagen ich kann mal weiter was da bin oder da ich habe keine türen bloß Was mache ich hier? Ich habe nichts falsch gemacht. Hm. Falsch. Ob ich gar nicht herrn muss? Oder was? Nein, nö. Schon noch. So. Vielleicht liegt jetzt hier eine Becher. Nichts. Nichts. Ohn nichts. Ohn nichts. Ich bin umsonst herrn, oder was? Oh, da hält mich schon. Hier sind die Beise. Die habe ich mir schon angekickt. Locked. Sehr nett. Also zu Last of Us. Wie lange ist das schon? Ich bin schon wieder bei 34 Minuten. Dann mache ich mal hier schnell nochmal einen Cut. was für ein Unidos ist. Aber es ist проход Taier. Damit kann suis Oxford. Ja, ich muss sich jetzt wieder hin.